hallöchen in diesem video zeige ich dir wie du zuverlässig mit einem seriösen fundierten system sage jetzt mal dazu vierstellige einnahmen definitiv generieren kannst kurz zu mir war selber wir sind ich lebe in mexiko ja im hintergrund siehst du ein bisschen mexiko hier ja ich war selber im august in der lage mist was mache ich jetzt wir sind ein paar einnahmequellen weggebrochen ja weil einfach auf einmal keine nachfrage mehr bestand ja über die ich hier mein leben gestaltete gestalten konnte und auf einmal keine einnahmen mehr oder wenig ja dann muss habe ich mir gedacht ich muss irgendwie was machen ja und dann habe ich mich für das was du jetzt gleich kennenlernst entschieden und habe mir natürlich gedacht oh mist dieser monatliche beitrag der hier notwendig ist den muss ich ja bezahlen das ist aber gerade knapp dann habe ich mir gesagt okay kein problem ich mache es trotzdem ich mache das und nehme mir vor möglichst schnell darüber einnahmen zu generieren so dass ich meine ausgaben um das system zu nutzen quasi ganz schnell neutralisieren dass sie auf null bin das habe ich dann innerhalb einer woche geschafft und jetzt inzwischen habe ich schon ich sage jetzt mal circa 5000 dollar damit verdient ja und das mit einem zeitlichen aufwand von circa ein bis zwei stunden pro tag ja das was ich mache ist kein hexenwerk ich habe keine besonderen fähigkeiten die du dich auch hättest oder die aneignen könntest du kannst es auch andere können das auch andere verdienen noch viel schneller viel mehr geld wie ich also ich bin kein überflieger oder sowas das sollte ich quasi ermutigen dass du es auch kannst schau dir also dieses video ein du wirst im ersten teil erst mal wird er wieder gezeigt was du eingeführt in das was du hier verkaufen kannst ja und natürlich auch nutzen kannst du kannst du definitiv auch selber nutzen um zu verkaufen ja so mache ich das auch ich nutze das system um das system zu verkaufen das heißt du erfährst erstmal was du bekommst und was dein kunde hierüber bekommt und wir davon und wie du davon profitieren kannst im zweiten teil zeig dir dann wie du hier gut verdienen kannst und was das system kostet sei also gespannt es ist unglaublich toll dieses unternehmen gibt schon seit 2017 gehört zu den schnell wachsenden kanadischen unternehmen wir haben mir was stabiles zuverlässiges mit beinen beiden auf dem boden stehendes unternehmen welches sehr innovativ ist und mehrere allein stellungsmerkmale beinhaltet sozusagen also der hammer ich glaube liebe leute es gibt nichts besseres und es geht nicht leichter also jetzt aufmerksam bitte zuhören und unter diesem video findest du sämtliche kontaktmöglichkeiten zu mir und mit mir kontakt aufzunehmen um mir deine fragen zu stellen wir können einen zoom call führen damit ich dir das nochmal persönlich zeigen kann und du kannst dich auch natürlich gleich anmelden und sofort loslegen du wirst super betreut es gibt einen super support von mir und aber auch vom unternehmen selbst also sei gespannt ja noch was kurz und dann geht es los immer wieder bekomme ich argumente geliefert wenn ich mit leuten ins gespräch bin ja ich habe kein geld ich kann hierüber nicht anfangen ja liebe leute nimm dir ein herz fang an bezahl den monatlichen beitrag der wirklich extrem gering ist es ist lächerlich gering also wenn du dazu kein geld hast dann hast du gar nichts mehr geld dann kannst du auch nicht einmal im jahre essen gehen so ungefähr ja ganz so schlimm ist es nicht und dann hab wenn du eine frau bist eierstöcke wenn du mann hast eier ja leg los mach was draus schau dass du einnahmen erzielst du dann sind diese lächerlichen ausgaben ganz schnell neutralisiert es gibt für mich keinen grund und keine ausrede hier nicht zu beginnen wenn du wirklich auf beiden beinen stehen willst wenn du unabhängig und frei sein willst dann leg jetzt hier los nimm diese ausgaben in kauf und sorg dafür nimm dir vor dass du innerhalb von kürzester zeit hier deine ausgaben neutralisierst und in die gewinnzone kommst und häng nicht rum und jammer nicht oh ich habe kein geld dann leg los mann mach was leg los jetzt geht es los mit der erklärung ja bevor ich dir jetzt erzählen kann wie du hier gutes geld verdienen kannst kann ich muss ich dir erst mal erzählen was das hier überhaupt ist und was du hier überhaupt den leuten anbieten kannst worüber du sehr gutes geld verdienen kannst und weshalb du hierüber sehr gutes geld verdienen kannst also wir haben ja die hinausseits für mich ist es star produkt die lead generierung wenn du nicht weißt was lead generierung ist das ist quasi das gewinnen von interessenten an deinem thema sagt mir mal du bist du hast ein restaurant ja los zum beispiel dann möchtest du ja menschen in das restaurant bringen die müssen interesse haben ein kulinarischen köstlichkeiten ein ausgehen ja und dann kannst du hier diese leute finden ja oder du wird vertreibst ein produkt online zum beispiel ja du bist im affiliate marketing oder network marketing tätig im gesundheitsbereich was brauchst du dann menschen die grundsätzlich mal an gesundheit interessiert sind und die kannst du hier nämlich über nowside finden und das ist einzigartig beziehungsweise nicht ganz einzigartig weil du kannst natürlich auch diese leute finden über facebook und linkedin vor allem wenn du werbeanzeigen steil ist aber das ist mit enorm viel höheren kosten verbunden ja der preis für dieses produkt hier ist ja wirklich ich würde sagen viel zu günstig ja aber wir können uns darüber freuen dass dieses unternehmen diese möglichkeit gefunden hat uns dieses wahnsinnstool für diesen sehr günstigen preis auch durchaus zur verfügung zu stellen ja wie gehst du jetzt hier vor wenn du leads generierst das zeige ich dir jetzt mal und dann wirst du sehen wow schon alleine diese variante ist ausreichend um dieses produkt erfolgreich an die frau und an den mann zu bringen ja jetzt gehen wir mal hier auf suchkriterien bearbeiten und sagst du ich möchte leute finden aus österreich schweiz deutschland du kannst auch wenn du einen lokalen anbieter hast die stadt eingeben du suchst jemand in mannheim oder in düsseldorf oder wo auch immer dann kannst du hier die stadt eingeben ja du kannst lokale suchen machen hier und dann gibst du hier ein um was es gehen soll schreiben wir mal hier ein wellness ja wellness ja was zum beispiel und dann hast du noch weitere möglichkeiten wenn du sagst wellness es interessiert mehr frauen dann gehst du hier auf female also du suchst frauen die ein wellness interessiert sind aus deutschland österreich und der schweiz in diesem fall ja du kannst noch herzugehen sollen frauen sein aus einem unternehmen du kannst jetzt sagen die sollen bei mercedes arbeiten oder wo auch immer du kannst die berufsbezeichnung eingeben eine branche eine ausbildung des alter du sagst du willst junge frauen zwischen 35 und 49 zum beispiel kannst du hier angeben oder was auch immer und und wie du sie eben kontaktieren möchtest zum beispiel über linkedin über facebook über twitter oder über e mail oder eben alle du kannst auch sagen alle ja okay wir machen jetzt mal alle und dann hast du hier ich habe hier vorher eine liste angelegt mehrere listen damit ich die leute die so die suche gleich verschiedene listen zuordnen kann das ist auch spannend als argument wenn du das verkaufst weil es ist einfach total praktisch für jeden der irgendwie im vertrieb tätig ist dass er hier listen eben hat ich nehme jetzt mal ich suche jetzt mal meine demo liste ja für demo zwecke weil ich persönlich suchen nehmen für wellness okay jetzt klicke hier auf holen sie sich interessenten und starten sie den sales flow so ja warten wir kurz mal einen moment so du siehst jetzt haben wir die die daniela die ist dann wellness interessiert und die haben wir jetzt schon mal wenn du mehr über diese daniela erfahren möchtest dann klickst du hier drauf und dann hast du hier mehr über diese daniela was sie für interessen hat hier ja und was sie von kompetenzen verbreitet und diese dame ist ein wellness interessiert diese das hat jetzt well being ja hier zum beispiel kompetenzen das sind sogar ihre kompetenzen ja okay also diese dame könntest du jetzt kontaktieren und bevor du sie kontaktierst könntest du jetzt hergehen und sagen ich möchte gerne eine persönlichkeitsanalyse von dieser daniela haben dann klickst du hier drauf und dann erfährst du mehr über diese daniela zu dem typus die daniela dann weißt du noch besser wie du auf die daniela zugehen kannst schau jetzt hast du hier den zeneig dazu offen und einladen mit neuen leuten zu sein und bekommt oft energie wenn sie an einer gemeinsamen idee zusammenarbeiten sie mag wahrscheinlich wahrscheinlich interessante und manchmal konzeptionelle ideen fühlt sie sich frei metaphern und übertreibungen zu verwenden um ihre präsentation zu ergänzen und sie zu beschäftigen beschäftigen ja jetzt schließen wird es du kannst aber auch jetzt hierher gehen wenn du auf persönlichkeitsanalyse gehst zum thema verhalten wenn du ihre e mail sendest wie gehst du da am besten vor wenn du bei dem treffen auf wie solltest du dich da so verhalten dass daniela mehr auf dich anspringt stressfaktoren von daniela mangelnde kreativität in ihrer umgebung ist für sie ein stressfaktor wenn andere pingelig sind ist für sie ein stressfaktor zu vorhersehbare sichere umgebungen aha okay so da hast du also viel information noch zusätzlich zu dieser daniela ja weiter gehe ich jetzt nicht ins detail du kannst sie jetzt kontaktieren über telefon du hast hier die telefonnummer natürlich musst du schauen ob das rechtlich für dich ok ist beziehungsweise für dein land wo du eben bist aber du hast hier die möglichkeit in diesem fall es sind ist nicht immer die telefonnummer dabei aber du kannst diese dame über linkedin und über telefon eben kontaktieren gut das war es zum zum einen jetzt erzähle ich dir noch was du noch hier bekommst in anderen videos geht natürlich näher darauf ein wie du jetzt sonst noch vorgehen kannst wie du am geschicktesten vor gehst dass du hier kunden gewinnst ja zum beispiel aber in diesem video soll es darum gehen was du hier generell hast ja und was du hier den menschen anbieten kannst was sie wirklich brauchen du hast definitiv ein produkt mit alleinstellungsmerkmal schon alleine wegen dieser ich sage jetzt mal interessentengewinnung schrägstrich leadgenerierung ja aber du hast ja noch deutlich mehr das zeige ich dir jetzt hier wenn wir hier draufklicken auf marketing nehmen wir gehen mal hier drauf auf diese ganzen anderen angebote hier steht guck wir bauen ihre webseite wir schreiben dir ihre deine e mail wir schreiben dir deinen blog wir schreiben dir deine sms wir erstellen deine social posts ja das heißt du kannst natürlich alles selbst machen hier auch ja du kannst deine webseite selbst bauen so viel du möchtest ja aber sie bauen dir deine webseite für wen ist es gut es gibt ja ganz viele tolle marketing plattformen da draußen ich bin selbst noch mitglied bei bilder all und begeisterter anwender dort hast du natürlich noch ein paar mehr möglichkeiten aber wenn du bei bilder all bist dann musst du dich einarbeiten du musst zeit investieren um um das um das system zu zu verstehen wie du dort die webseiten baust und die ganzen anderen tools nutzt das heißt du musst dich wirklich da rein fuchsen ja rein arbeiten und das tolle ist viele haben ja die zeit und die lust nicht dazu ja aber wollen marketing betreiben ja aber sie können sich keine agentur leisten zum beispiel die jetzt ihnen für ein paar tausend euro das ganze marketing aufsetzen ja das ist nicht übertrieben dass es normalerweise ein paar tausend euro kostet ja genau also das wird hier alles für dich erledigt ja was das alles kostet das erfährst du noch und das ist der oberhammer weil das wird ja alles erledigt zu dem preis der ist unglaublich ja du hast auf jeden fall wenn du now site empfiehlst du kannst empfehlen die wird eine webseite gebaut die werden e mail kampagnen aufgesetzt dir werden blogs geschrieben du kannst sms hier versenden wenn du sms eben versenden willst und sie machen für deine sozialen medien facebook linkedin twitter und co die posts zu deinem thema das ist ja schon mal der wahnsinns hammer was du hier zusätzlich noch bekommst ja und alles zu einem preis der ist eigentlich unschlagbar ja es gibt sogar noch die möglichkeit dass ein verkaufsassistent für dich die kontakte macht und die leute anschreibt ja für 40 dollar noch extra oben drauf was ja auch ein witz ist ja genau also dieses ganze hast du hier was den leuten anbieten kannst und im nächsten punkt kommt jetzt noch der star die neuentwicklung von außen seit im moment noch in der beta phase aber ab februar dann in der alpha phase sag ich jetzt mal dazu da wird es dann noch viel ausgeklügelter sein jetzt ist noch die beta phase und ich stelle dir das tool jetzt schon vor was du hier hast ja das ist der unglaubliche wahnsinn was du hier an die frau an den mann bringen kannst und dadurch regelmäßige wiederkehrende einkommen generierst auf dieser seite siehst du von mir ein paar webseiten die nowseite für mich gemacht hat also nowseite hat für mich eine seite gebaut für nowseite um nowseite zu bewerben weil ich bewerbe ja auch nowseite ja und zwar auf deutsch auf englisch auf spanisch ja des weiteren hast du hier die möglichkeit webseiten selbst zu bauen so viel du willst wenn du das willst ja musst du aber nicht weil das wird ja auch gemacht e mail kampagnen aufsetzen sms soziale medien also du kannst hier post für soziale medien posten die werden dir hier vorgeschlagen ja du kannst hier sogar über nowseite anzeigen schalten ja um dein geschäft noch schneller nach vorne bringen erstellen sie ihre erste online anzeige ja du kannst hier domänen also domains verwalten und hier hast du analyse tools also du hast hier unglaubliches also alles was du brauchst um erfolgreich dein geschäft nach vorne zu bringen das hast du hier du kannst hier irgendein geschäft nach vorne bringen oder eben nowseite nach vorne bringen wie du eben vorgehen willst aber jetzt kommt das star toll liebe leute das jetzt ganz neu entwickelt ist jetzt sei gespannt schon alleine jetzt müsstest du eigentlich feststellen dass du hier ein hammer toll an der seite hast was auch leicht an die frauen an den mann zu bringen ist weil du hier wirklich ein wahnsinn eine wahnsinn software zur verfügung hast die aus meiner sicht jeder selbstständige nutzen sollte ja das heißt der markt ist riesengroß es gibt viele millionen vielleicht sogar milliarden selbstständige vor allem kleinunternehmer einzelunternehmer netwerker affiliates die alle von diesem system enorm profitieren können ja und die noch gar nichts davon wissen also jetzt alleine müsstest du schon jetzt begeistert sein aber jetzt wurde eine begeisterung noch größer wie gesagt du siehst jetzt gleich die neue künstliche intelligenz im einsatz ja die künstliche intelligenz die nowseite ab februar in der alpha phase hat als im moment noch dann nur in der beta phase das heißt noch weiterentwickelt für jeden service zur verfügbar ob du sms schreiben willst eine webseite eine überschrift gestalten willst oder was auch immer du machen möchtest du hast hier die künstliche intelligenz zur verfügung die dir hilft alle deine texte zu schreiben ob es jetzt blogartikel sind oder social media posts oder 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 hier haben wir es jetzt in der beta version zur verfügung und das stelle ich dir jetzt vor wir gehen jetzt wir auf diesen reiter hier links und dann macht das ding ins hier auf ja ich habe schon ein bisschen rumexperimentiert hier ja ihr habt mal jemanden geburtstagskurs auf eigentlich du kannst hier also hier eingeben egal was du willst wir geben jetzt mal ein bitte eine überschrift zum thema sag mal entgiftung ja ok jetzt gucken wir mal jetzt klicke hier drauf und jetzt schauen wir mal was hier passiert entgiftung ein schlüssel zum mehr wohlbefinden und gesundheit jetzt haben wir schon mal eine überschrift die werbe wirksam ist die du jetzt benutzen kannst oder du sagst noch ein bisschen frecher bitte frecher zum beispiel ja das nur ein beispiel dann gucken wir mal was jetzt kommt entgiftung ein weg um deinen körper den abfall zu ent rinnen naja da das müssen wir jetzt ein bisschen umstellen in dem fall auf deutsch dem dem körperlichen abbau zu entrinnen müsste das jetzt heißen also da ist es noch ein kleiner fehler drin aber grundsätzlich du kannst es auch noch sagen bitte text zu entgiftung zum beispiel ja jetzt gucken wir mal was jetzt kommt so zusammen text zu entgiftung entgiftung ist der prozess der reinigung und des abbaus von toxischen substanzen in unserem körper es ist ein komplexer prozess der sich auf verschiedene weise manifestieren kann und 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 ja also ein tonner text in gutem deutsch da oben das war jetzt verbesserungswürdig noch aber wie gesagt ist noch in der betta phase das wird das system land ja das land aus fehlern das heißt wir müssen das benutzen damit es immer besser wird ja so kann man das verstehen und du kannst jetzt aber auch sagen bitte geburtstagsgruß für meine schwester gute die hat nämlich morgen geburtstag jetzt gucken mal was da rauskommt du kannst das system wirklich für alles verwenden liebe ute alles gute zum geburtstag ich sende dir alle meine liebe und wünsche dir einen wundervollen tag ich weiß dass du ein großartiger mensch bist und viele großartige dinge erreichen wirst genieße deinen tag und freudig auf all das was noch kommt alles liebe jetzt schreibt man mal weniger förmlich ja hallo hey 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 ute jetzt nicht mehr liebe sondern hey ute alles gute zum geburtstag ich hoffe du hast einen wundervollen tag und ein tolles jahr vor dir ich weiß dass du ein toller mensch bist und ich wünsche dir alles gute für deine zukunft lass uns feiern und an deinem besonderen tag ganz viel spaß haben alles liebe ja das ist doch schon mal der hammer und du kannst es wie gesagt für alle deine werbe maßnahmen kannst du dir die texte verfassen lassen und mit wenigen ausnahmen muss man es kaum noch verbessern ja hier oben da hätten wir jetzt ein verbesserungsdingens gehabt hier ja aber ansonsten einwandfreies deutsch kann man sagen ja mit wenig ausnahmen und wie gesagt das system lernt und wird immer besser wenn du also schreibblockaden hast für deinen blogartikel einen blogartikel brauchst zum beispiel schreibe mir etwas schreibe mir etwas so zum thema diabetes ja zum beispiel ja wenn du jetzt ein blog über artikel über diabetes haben möchtest dann warten wir jetzt mal kurz und dann hast du hier gleich den text so diabetes ja was ist diabetes und so bekommst du hier texte vorgelegt die du natürlich dann noch selbst noch ein bisschen anpassen kannst wenn du willst aber wenn du zu irgendwas keine idee hast zum beispiel dann spuckt ihr hier dass die guten ideen aus also das ist der wahnsinn und künstliche intelligenz liebe leute ist definitiv die zukunft und im nächsten schritt kommen wir jetzt dazu wie du hier verdienen kannst was du hier verdienen kannst und für welchen preis du dieses system nutzen kannst ein 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 das eine das man hier mit nine혼 als geld verdienen kann das siehst du bei mir hier schau dir an diesem in diesem moment am 20 José östens 2023 wird dieses video gerade aufgenommen habe schon 4.100 dollar verdient diesen monat also januar 546 sind es bisher ja das heißt es funktioniert liebe leute und ich bin jetzt seit august dabei und diese zahl ist nicht korrekt weshalb ist diese zahlen nicht korrekt die schon korrekt aber ein auszeit gibt auch manchmal so cash bonus zahlungen aus wenn eine gewisse aktion gestartet ist ja dann gibt es noch was oben drauf zum beispiel das gab mal 100 dollar noch oben drauf oder 50 oder mal 30 ganz unterschiedlich und da habe ich offline noch zusätzliche cash bonus bonus bekommen das heißt realistisch ist die zahl auf jeden fall mal hier über 5 5000 ja ihr habt bestimmt schon über deutlich über 1000 dollar an cash boni verdient ja das heißt in seit also september oktober november dezember also kann man sagen in fünf monaten habe 5000 dollar verdient ja und das tolle ist es wird ja von jeden monat wird er jeden monat mehr weil dieses wenn du dieses tool nutzen möchtest diese seite für dein geschäft nutzen möchtest oder wenn das jemand nutzen möchte dann bezahlt diese person monatlich eine gebühr ja das heißt jedes mal wenn dieser mensch den du einmal dazu gebracht hast wieder seine monatliche gebühr bezahlt dann bekommst du immer wieder deinen deine provision ja das heißt du bekommst hier monatlich wiederkehrende einnahmen und wenn du monatlich wiederkehrend neue leute für dieses geschäft begeistert das heißt monatlich wiederkehrend wird deine einnahme steigen ja weil du ja von den menschen die du hinzugebracht hast die bezahlen ja jeden monat und wenn sie mal das system verstanden haben wir und für sich nutzen dann werden sie dieses system auch nicht mehr verlassen so schnell und monatlich eben ihre gebühren bezahlen wie läuft jetzt das was kannst du hier verdienen das kommt jetzt im nächsten schritt ja liebe leute ich persönlich glaube es ist das einfachste geschäft der welt warum weil es jeder braucht der irgendwie in einer selbstständigen weise tätig ist und dieses produkt hier nausite ist absolut allein stellungsmerkmal liebe leute weil so was gibt es da draußen nicht ja es gibt verschiedene andere werbeplattformen ich bin ja selbst auch begeisterte anwender von von bilderall zum beispiel bilderall bietet auf der anderen seite viel mehr für leute die sich wirklich in ein system richtig richtig intensiv einarbeiten wollen aber bilderall hat nicht die künstliche intelligenz bilderall hat nichts die lead generierungs variante und bilderall hat nicht die variante dass es für dich getan wird zum beispiel ja alles andere hat bilderall auch teilweise mit mehr möglichkeiten das muss man ganz klar sagen ja deswegen bleibe ich auch bei bilderall aber es gibt hier unglaublich viele vorteile vor allem für die menschen eben die keine lust schrägstrich keine zeit haben sich mit dem ganzen zu beschäftigen so jetzt gehen wir mal her was kannst du hier verdienen so hier der vergütungsplan du siehst schon über 60 prozent wird ausgeschüttet wie gestaltet sich das jetzt das heißt nausite bleibt mit 40 prozent der monatlichen einnahmen und du und wir bekommen über 60 prozent ja ok es gibt zwei möglichkeiten steht hier es gibt die affiliate einkommen ja das sind dann 60 prozent der direkt und sekundär kunden und es gibt die influenza einnahmen bis zu drei prozent der gesamten organisation ja was heißt es mehr erfahren da klicken wir jetzt hier hier sehen wir das du bekommst 30 prozent auf alle deine direkt kunden ja das heißt wenn jemand seinen monatlichen beitrag bezahlt dann ist deins 30 prozent dann bekommst du noch 17 bis 30 prozent auf die zweite ebene ja wenn du uns überlegst was es hier draußen alles gibt und die versprechen die ja tausende von euro innerhalb kürzer zeit mit nichts tun mit passiven einnahmen ja das ist ich sage mal keine passive einnahme weil du tust ja was dafür und du bist auch im anschluss für deine leute da wenn sie fragen haben und so weiter deswegen ist es kein passives einkommen aber ich beschäftige mich am tag sag mal ein bis zwei stunden damit und baue mir damit ein jetzt schon vierstelliges monatliches einkommen auf wie du gesehen hast ja und das wird natürlich von monat zum monat etwas höher dass es irgendwann mal im mittleren vierstelligen bereich ist und so weiter der beste weltweit erhält hier über 11.000 euro im monat habe ich neulich erfahren gut ich bin schon zufrieden wenn ich mal vier fünf tausend euro habe dann bin ich sehr entspannt ja und das kannst du hier wirklich auch erreichen nicht in einem monat und auch nicht in einer woche aber vielleicht innerhalb eines halben jahres ja kannst du hier locker auf vierstellig kommen ich habe das ja auch geschafft du hast ja gesehen in weniger als einem halben jahr und das was ich geschafft habe das ist nicht schwer mit ein bis zwei stunden pro tag das kannst du auch also 17 bis 30 prozent auf der zweiten ebene das hängt so zusammen wenn du jetzt irgendwann mal 40 leute hast in deiner ersten ebene ja in dieser ebene hast du 40 leute dann bekommst du auch in der zweiten ebene 30 prozent wenn du 20 leute hast dann bekommst du 25 prozent in der zweiten ebene und wenn du fünf hast dann bekommst du 20 prozent in der zweiten ebene also so wird es quasi gestaffelt und da kann ganz schön was zusammenkommen und dann gibt es noch eine wirklich realistische variante der influenza einnahmen die sich wirklich auch die ist wirklich auch sehr sehr cool und ich würde mal sagen nicht schwer zu erreichen warum guck her wenn du vier leute hast die du quasi hier 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 zugebracht hast ja vier leute die ebenfalls mindestens 100 dollar verdienen das ist ja erreichbar ja das ist ja nicht schwer hier mit hier über 100 dollar zu verdienen ja mit 100 dollar bist du auf jeden fall schon über deinen monatlichen ausgaben die du hier selbst auch tätigen muss ja das heißt wenn du hier vier leute hast die auch 100 dollar mit dem system verdienen dann bekommst du 0,5 prozent aus deiner gesamten organisation also in die tieferen ebenen ja bei sechs leuten sind es ein prozent bei neun sind es zwei prozent und wenn du zwölf hast und mehr dann hast du drei prozent der gesamten organisation das heißt du verdienst auf die gesamte organisation die sich mit der zeit entwickelt wenn du und zwölf leute die 100 dollar verdienen das ist ja wirklich erreichbar ja und vier erst recht sechs erst recht neun erst recht und zwölf ist auch wirklich mit der zeit absolut reichbar das heißt dadurch kannst du dir ein kontinuierliches monatliches einkommen aufbauen welches dir ein beruhigtes entspanntes leben bescheren kann ja weil du musst nicht immer wieder jagen und machen und tun wenn bei anderen affiliate produkten oder so ja dass du einen verkauf tätigst ja und dann musst du wieder verkauf tätigen hier hast du halt monatliche wiederkehrende einnahmen weil die menschen monatlich wiederkehrend ihren beitrag leisten so im nächsten schritt gehen wir jetzt auf die preise was kostet denn der ganze spaß überhaupt und ich verspreche dir jetzt schon du wirst erstaunt sein über das was du hierfür bezahlst beziehungsweise deine zukünftigen kunden deshalb ist es noch besonders leichter dieses system an die frau an den mann zu bringen so jetzt kommen wir langsam zu den preisen und so weiter ja wir sehen hier ist die werbeseite die du auch zur verfügung bekommst natürlich die bekommt jeder der bei nowseite mitmacht wenn du das system bewerben möchte jetzt haben wir hier für mich auch eine neue seite weil hier ist ein neues video drin das alte ist aber auch schon gut gewesen einführung von nowseite 2.0 ja mit jetzt durch die ki die künstliche intelligenz von gpt3 angetrieben gpt3 ja das einfachste marketing system aller zeiten was haben wir hier noch wie es funktioniert anmeldung beginnen sie mühelos wachsen sie mit ki powered marketing sie haben uneingeschränkten zugriff auf die fortschrittlichsten künstliche intelligenz der welt um ihr geschäft aufzubauen beginnen sie mühelos ja unser team von marketing experten erstellt ihre benutzerdefinierte webseite e mail und social media kampagnen also du hast hier wahnsinnig was so hier ist das alte video das ist ja auch drin wie es funktioniert also es ist eine tolle seite finde ich sehr gut gemacht und jetzt kommen wir zu den preisen du siehst hier oben 50 prozent rabatt gibt es im moment noch ja das endet aber bald das heißt diese 50 prozent rabatt wenn du dich behältst hast du es noch aber wenn du das wieder zu einem zeitpunkt ankommen anschaust wo eben die 50 rabatt nicht mehr drin sind das ist so eine neujahrsaktion dann gilt halt der normale preis du kannst natürlich auch immer wieder nachfragen ob es gerade eine andere aktion gibt ich sagte das dann natürlich wenn es eine neue aktion gibt es immer wieder mal was gibt ja von dem her gesehen kannst du mich fragen aber auch der normale preis ist eigentlich ein kompletter witz ja ok jetzt gehen wir mal hier auf loslegen und dann erfährst du die preise ja jetzt stellen wir das mal hier auf deutsch um du hast hier zwei möglichkeiten du kannst hier jährlich bezahlen und du kannst monatlich bezahlen im moment ist das ding jetzt hier auf jährlich eingestellt jährlich bezahlst du für das kleine paket hier welches keine lied generierung mit beinhaltet ja bezahlst du 40 dollar also 84 dollar im jahr ja oder 82 dollar von our side unlimited wo du eben alles drin hast ja alles drin was da drin ist und halt zusätzlich noch marketing services und eben gezielte interessenten ja das hast du hier dabei und alle neukunden erhalten eine von unseren marketing experten maßgeschneiderte webseite e mail serie und soziale kampagne das bekommen sie auch hier aber hier hast du eben die gezielten interessenten noch mit drin und eben auch die künstliche intelligenz ok also das sind die preise jährlich das natürlich am beliebtesten weil das ist ein witzpreis ja für das was du hier bekommst ich denke das kannst du nachvollziehen dass ich hier sage monatlich kostet das linke paket 49 dollar und das rechte 99 dollar ja und auf diese preise bekommst du jetzt monatlich deine 30 prozent und aus der zweiten ebene eben 17 bis 30 prozent und die influenza boni ja wenn natürlich so eine so eine aktion läuft wie gerade im moment ist es dann weniger aber dann gibt es oft noch cash boni oben drauf ja genau jetzt hast du die preise erfahren das heißt absolut erschwinglich ja wenn du überlegst was du hier bekommst unbegrenzt webseiten unbekennt begrenzt funnels verkaufstrichter unlimited social media posts ohne ohne limit social media post unlimited blog ja du kannst ihren blog betreiben e mail marketing 30.000 pro monat unbegrenzte kontakte team management custom relation management detaillierte analyse 24 7 kundendienst das heißt wirklich es ist wirklich so wenn du hier eine frage hast dann kannst du dich rund um die uhr einen support wenden und sie sind relativ schnell für dich da und beantworten dir deine fragen und helfen dir bei deinen problemen also wirklich ganz toller service hier auch ja okay und hier kannst du das einfach holen das paket erhalten sie unbegrenzt oder holen sie sich das marketing paket ja ich empfehle natürlich nur das marketing paket warum nicht weil ich dann mehr verdiene sondern weil da eben die gezielten interessenten mit drin sind unbegrenzt ja das ist natürlich der hammer es ist möglich wenn du dieses video anschaust dass sich hier was geändert hat nagel mich daraufhin fest diese aufnahme ist vom 20 januar 2023 wenn du dieses video zu einem späteren zeitpunkt anschaust dann kann sein dass sich hier was geändert hat an den preisen oder auch hier an dem was du hier im paket was das paket eben beinhaltet ja aber ich kann die versprechen nausheit bleibt extremst attraktiv bietet wahnsinnige dinge an ja mit mit dass es dir gemacht wird ja für einen preis der ein witz ist 99 dollar für das was du hier bekommst ist für mich ein ober witz kann man sagen ja liebe zuschauerin liebe zuschauer du hast jetzt gesehen was du hier bekommst du hast ein produkt mit einem absoluten allein stellungsmerkmal auf verschiedenen ebenen die lied generierung also interessentengewinnung absolutes allein stellungsmerkmal künstliche intelligenz absolutes allein stellungsmerkmal die wird für einen lächerlichen preis die arbeit komplett abgenommen die werden die webseiten gemachtes e mail marketing aufgesetzt für egal welches business ja absolutes allein stellungsmerkmal das bekommst du nirgends ja was ich auch noch anführen möchte das ist vielleicht interessant für die diese schon ein bisschen mit mit marketing auskennen und mit e mail marketing was auch noch ein argument für mich ist also es gibt ja viele verschiedene e mail systeme da draußen sagt man mal get response mailchimp active campaign und wie sie alle heißen ja da ist es so das sind tolle systeme ja aber ein gewisser prozentsatz der nicht gerade gering ist landet von diesen sammel mails im spam ordner ja und bei diesem system hier habe ich festgestellt dass kaum eine e mail im spam ordner landet und das ist natürlich ein argument weil wenn e mails im spam ordner landen dann werden sie nicht gelesen wo wenn du jetzt sagen wir mal 1000 mails raus schickst und die hälfte landet im spam ordner und du möchtest darüber zum beispiel irgendein angebot verbreiten dann wird es ja von vielen nicht gelesen das heißt deine umsätze sind nicht so gut wie sie sein könnten wie wenn alles im posteingang landet ja und du hast eben hier eine e mail marketing system wo ich feststelle das landet meistens im posteingang das heißt hierüber e mails zu versenden ist eine sehr gute idee weil du dadurch deine verkaufsvariant wahrscheinlichkeit um ein vielfaches steigerst du hast hier also ein system zu einem preis der lachhaft ist der ist ich finde schon ich sag manchmal schockierend günstig du hast hier mehrere allein stellungsmerkmale drin welches es so auf der welt noch nicht gibt du hast ein stabiles unternehmen welches schon seit 2017 existiert und regelmäßig zu den schnellsten und bestwachsendsten kanadischen unternehmen gehört du bekommst hier alles auf deutsch der support ist in deutsch der support ist super der support ist schnell du hast dir was wirklich handfestes stabiles seriöses gute qualität ja in allen bereichen natürlich gibt es hier und da immer noch wo man daran arbeiten kann und das tun sie auch es ist ein junges team die sie ständig verbessern ständig an sich arbeiten und deswegen stehe ich zu 100 prozent zur nauzeit ich habe hierüber monatlich wiederkehrende einnahmen die von monat zum monat mehr werden nein es ist kein passives einkommen weil ich mache zum beispiel videos ich kontaktiere leute ich rede mit leute ich führe mit leuten zum calls und meine partner die hier dabei sind die betreue ich über einen telegramm kanal und wenn sie fragen haben ich führe sie ein ins system wenn sie irgendwo nicht weiterkommen dann helfe ich ihnen das ist meine aufgabe als ich würde jetzt mal sagen nauzeit vertreter ja ich vertrete nauzeit ich empfehle nauzeit und deswegen möchte ich natürlich auch dass die leute die bei mir sind sich gut betreut fühlen und mit dem system natürlich zufrieden sind ja dadurch schaffe ich mir eine basis dass die leute auch begeistert dabei bleiben ja so wenn du das so aufbaust liebe zuschauerin lieber zuschauer dann hast du hier ein system wo du dann viele jahre eine freude dran hast wiederkehrendes einkommen generieren kannst nicht ständig was neues anfangen muss nach was neuem suchen ich habe schon viele andere sachen vorher ausprobiert aber ich kann dir sagen das ist das leichteste system weil jeder braucht leads jeder braucht interessenten jeder selbstständige braucht vernünftiges gutes gemachtes marketing was du hier zu einem preis bekommst den du sonst nirgends bekommst und vor allem nicht was du hier bekommst in diesem sinne das war's mit diesem video ich denke ich habe das nachvollziehbar dir erläutert schritt für schritt schön aufgebaut nachvollziehbar wenn du fragen hast unter diesem video gibt es die möglichkeit sich hier bei naushalt anzumelden du musst natürlich deinen monatlichen beitrag auch bezahlen damit du hier mitmachen kannst ja aber wie gesagt mit drei leuten bist du schon eben ja dass du schon quasi deine ausgaben neutralisiert hast und du kommst dir ganz ganz schnell in den plus wenn du vorausgesetzt es ernst meinst dich hinsetzt auf den hosenboden und auch was tust ja du musst hier einplanen ein bis zwei stunden am tag dann musst du hier erfolgreich sein weil es ist einmalig was du hier hast und du hast langfristig was vernünftiges was handfestes was bodenständiges und nicht irgendwas dubioses schwämmiges was da draußen zuhauf sich ja auch tummelt in diesem sinne alles liebe unter diesem video findest du die möglichkeit mit mir kontakt aufzunehmen dich bei naushalt anzumelden weitere informationen und 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 du hast das video jetzt angeschaut ich denke du hast alles verstanden falls nicht unter diesem video nicht schlimm ja unter diesem video hast du sämtliche möglichkeiten mit mir kontakt aufzunehmen nimm das geschäft ernst das geschäft war du kannst hier relativ schnell in den vierstelligen bereich gekommen ich habe mir vorgenommen bis zur mitte dieses jahres 2023 in den mittleren vierstelligen bereich zu gelangen und das schaffe ich auch da bin ich überzeugt davon und du kannst es auch schaffen ich helfe dabei du bist nicht alleine und das support team und die fortbildungen sind extrem gut du bist hier wirklich in sehr sehr guten händen und du hast dir dann was geniales ausgesucht also nimm dein herz in die hand schreib dich jetzt ein kontaktiere mich mit mir kontakt auf und wir legen los wir kriegen das hin dass du schnell auf beiden beiden stehst beiden beiden stehst oder auch noch besser den beiden ja wie du willst in diesem sinne du hast hier ein geniales produkt es gibt nichts besseres nichts genialeres ich hoffe das hast du durch mein video hier verstanden alles liebe hier war dein klaus anton meyer euch 1700 18 5 in ich in Vielen Dank.